Haftor Julius Thor, Björn Zorn ist ein isländischer Stronman, Schauspieler und ehemaliger Basketballspieler. Karriere Basketball Haftor begann seine Sportkarriere als Basketballspieler. Mit einer Größe von 2,06 Meter spielte er erst in der Island Dominos Liga bei KR. Basket Drake Javik als Center in der Startaufstellung. Gleichzeitig wurde er in der isländischen Basketball-Nationalmannschaft eingesetzt. In der Saison 2007 bis 2008 wechselte er zum Islandic Division 1 Basketball-Team FSU-Selfons, um dort in der Position des Center zu spielen. Durch eine schwere Knieverletzung im Alter von 20 Jahren musste er seine aussichtsreiche Basketball-Karriere beenden. Stronman Haftor wurde 2009 vom isländischen Strongman Magnus Fär Magnusson in seinem Fitnessstudio Jakar Bohl entdeckt. Magnus sagte voraus, dass Haftor eine gute Perspektive als Stronman hätte. Haftor gewann im Jahr 2010 mehrere Wettkämpfe. U.A. Strongest Mann in Iceland Island, Iceland Strongest Viking, Westfjord's Viking und die UG Badur Strongman Championships in Island. Haftor wurde bei der Erstveranstaltung von John Paul Sigmarsson Classic zweiter hinter Brian Shaw. Haftor wurde am 6. August 2011 vierter bei Jainz Lwe 2011 in Polen. Haftor Julius Björnson hat bei einer Größe von 2,06 Meter ein Wettkampfgewicht von 200 Kilogramm. Haftor nahm erstmals an World's Strongest Mann teil, nachdem er eine Wildcard bekam, die ihn zum Wettkampf im Jahr 2011 einlud. Er belegte damals den sechsten Platz. In den folgenden Jahren belegte er dreimal den dritten Platz und einmal den zweiten Platz hinter dem Litauer Zythroner Savikas. Schauspieler Haftor besetzte die Rolle des Gregor Cleganer seit der vierten Staffel der HBO-Serie Game of Thrones im August 2013. Dies war seine erste Hauptrolle, die er als dritter nach Conan Stevens in der ersten Staffel und Ian White in der zweiten Staffel spielte. Persönliche Rekorde Kniebeuge 350 Kilogramm RAW Bankdrücken 230 Kilogramm RAW Tire Deadlift 450 Kilogramm RAW with Wrist Straps Kreuzheben 450 Kilogramm RAW with Wrist Straps Locklift 192,5 Kilogramm Lock Carry 5 Steps 650 Kilogramm Trainingsgewichte Kreuzheben 410 Kilogramm RAW with Wrist Straps Locklift 190 Kilogramm Filmografie 2012 bis 2013 The World's Strongest Man Seit 2014 Game of Thrones